Musik Jetzt kicken wir mal in das Zelt von... Nolo! Und? Und Russell! Yay! Und ist es gemütlich? Ja, ziemlich. Sehr gut, weitermachen. Jetzt kicken wir mal in das Zelt von... Batman! Dennis! Fabian! Und so sieht das hier aus. Sehr gehäumig. Zerstört wohl eher. Sechs-Mann-Zelt würde ich sagen. Wir kicken jetzt in das 80er-Jahre-Zelt von... Frank! Und? Wie schläft es sich hier? Zuki! Sehr gut. Sehr geräumt. Das ist der Blick ins Zelt von... Rahel! Schell! Und hier ist noch zu Besuch... Cedric! Wir kicken jetzt mal in das Zelt von... Dem Zelt von... Dem Siedler! Von Cedric Züble! Und wo kommt ihr her? Stadul! Vom schönen Stadul am Meer! Viel Spaß noch! Danke! Euch auch! Jetzt kicken wir mal in das Zelt von... Lina! Und wie ist? Nass! Nass, aber gemütlich! Und wir freuen uns gleich auf... Jimmy Eat World! Und danach noch... Nethil! Nataniel! Und auf alle Fälle Blink heute Abend! Das wird auf alle Fälle gut! Wir kicken jetzt mal in das Zelt von... Yannis! Und? Bist du zufrieden? Doch ja! Auf jeden Fall! Wir kicken jetzt mal in das Zelt von... Jonathan! Und... Und? Habt ihr da überhaupt Platz drin? Bisschen! Neben den Dosen Ravioli auf jeden Fall! Alles klar! Jetzt kicken wir mal in das Zelt von... Jetzt ist es sehr weiß! Und wer ist da noch? Ingo! Moin! Auch ein bisschen gemein eigentlich! Guten Morgen! Na, egal!